was ist denn was ist denn ich glaube die guckt wie so ein verbrecher keine ahnung was mit dem nicht stimmen so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke und wir haben mal wieder post bekommen aber diesmal keine fanpost sondern ich habe was bestellt und deswegen ist es einfach eine paketlieferung beziehungsweise ist einfach nur post und keine fanpost aber das habe ich ja eben schon gesagt irgendwie kommt es mir so vor als würde trotzdem was fehlen ich habe nämlich was besonderes vor die nächsten tage der kanal ist ja gerade gesperrt da habe ich ja zeit da kann ich aber es vorbereiten und dann raushauen für euch deshalb habe ich hier dieses paket bekommen guckt euch das mal an was da drauf steht heng mei hey heng mei aus gui ching yi dao nan hai fo shang guang dong also bin ich froh dass ich nicht daher komme weil das würde ich mir wahrscheinlich gar nicht merken was das alles sein soll das wollen wir jetzt mal aufmachen fix das ist aber noch nicht alles hier steht nämlich noch was das müsste meiner meinung nach also ich habe zwei sachen bestellt die sollten eigentlich gleichzeitig kommen irgendwie stand dann aber da das eine wurde zugestellt und was andere war noch offen jetzt heute habe ich geguckt stand bei dem anderen auch sendung an nachbar übergeben bis jetzt hat mir der nachbar nichts gegeben entweder hat der nachbar noch meine post oder es ist doch da mit drin und die haben das irgendwie komplett verworren gemacht denn das was ich jetzt hier habe das kam heute und da steht auch da unterschrieben von ramon hess ich habe nichts unterschrieben sie kam die treppe hoch hat gesagt hier für dich hat es einfach an den rand gestellt ist weitergelaufen du musst nichts unterschreiben heutzutage und bei dem anderen stand die sendung wurde einem hausbewohner übergeben da habe ich dafür unterschrieben und bin einfach nur ein hausbewohner hier habe ich nichts unterschrieben und es heißt da unterschrieben von ramon hess und bei dem anderen stand an einen nachbar übergeben mal gucken ob das fehlt oder ob das vielleicht in einem anderen paket noch mit drin ist wir machen das nämlich jetzt mal hier auf greifen hier rein und das haben wir da oh mein gott was ist das guckt euch das guckt euch guckt euch das an ja die wasser gemütlich auf jeden fall guckt euch das an ist das nicht eine original statt es geht jetzt noch 10.000 meter raus aber irgendwie ist es schon fertig moment Adi 煙 ja dem Ali gehts auf jeden fall gut stelle ich jetzt mal hier hin bleib ruhig oben Ali guck Dir lieber das an das hab ich mir bestellt weil Naturrien ja im Sommer vorbeikommen wollte und er wollte da drei tage wandern und wenn ich schon einen dicken fetten rucksack hätte der brahl gefüllt ist mit Apfelsaft dann dann geht das natürlich auf den Rücken. Also hat er gesagt, eine Sackkarre wäre schon gut. Jetzt habe ich mir extra im Internet eine Klappsackkarre bestellt. Das müsste das hier sein. Das macht ihr dann hier auf. Jetzt habe ich mir die Finger gebrochen. Ist okay. Reifen sind auf jeden Fall dran. Junge, Junge, Junge. Das ist schon alles. Und hier habt ihr noch einen Griff. Wo ihr dann hier reindrückt. Um das rauszuziehen. Hä? Hilfe! Kommt damit nicht klar. Beschissene Drecksackkarre. Was ist das für ein... Das ziehst du doch nicht einfach raus. Du musst doch erst immer push. Du drückst push und dann... Du drückst push und dann... Oh, jetzt haben wir das. Push und Klappsackkarre. Fertig. Heftige Aktion. Guckt euch das an. So groß ist die jetzt. Aber so wie das aussieht, wirklich schon ein bisschen klein. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit runterbeugen. Also wenn das so weiter geht, muss ich die wieder zurückschicken. Ansonsten haben wir jetzt hier eine Klappsackkarre. Und die kann man... Ne, ich glaube das passt. Das dürfte original jetzt hier mit der Hand... Ich bin ein bisschen nicht ausgelastet, muss man dazu sagen. Und deswegen habe ich jetzt hier eine heftig stabile Klappsackkarre. Wo ich hoffentlich meinen Rucksack draufpacken kann. Kann den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Mein zweites Mal geht es schon leichter. Hier kann man doch seinen Kopf dazwischen machen. Und dann einfach... Zack! Und dann ist er auch ab. Also funktioniert alles. Wenn man nur will. Müssen wir natürlich ausgefahren lassen. Klappsackkarre ist am Start. Und dann müssten hier drin sein. Was braucht man nämlich noch, wenn man wandern gehen will? Schuhe! Nicht Spaß! Wir laufen natürlich barfüßig. Aber wir brauchen in diesem fetten Paket... ...noch einen Schlafsack und eine Isomatte. Ein Zelt habe ich eigentlich. Einen Rucksack müsste ich eigentlich auch haben. Von Anne dazumal. Deswegen... ...habe ich mir ein... Deswegen habe ich mir einfach nur einen Schlafsack bestellt. Und eine Isomatte. Bei der Isomatte steht aber dort, dass sie den Nachbarn übergeben wurde. Bei dem Schlafsack steht, dass es einem Hausbewohner übergeben wurde. Vielleicht ist aber der Hausbewohner und der Nachbar derselbe. Nämlich ich. Denn da stand ja dort heute... ...von Ramon Hess unterschrieben. Ohne dass ich das unterschrieben habe. Jetzt machen wir das also mal auf. Und es sieht jetzt schon so aus, als wären das nicht zwei Sachen. Als wäre das doch wirklich nur eine Sache. Weil da ist irgendwie nur ein was drin. Ein was. Das nehme ich hier hinten raus. Und in dem Karton... ...Madrushka... ...ist dieser Karton. Und dann können wir den Karton nämlich auch wegblöcken. Und können diesen Karton aufmachen. Das sah alles so klein und handlich aus. Stand doch extra dabei. Dass es klein und handlich ist. Aber... Wenn das jetzt so ein großer Oschi ist, dann ist es ja doch nicht klein und handlich. Ich habe das doch extra bestellt. Weil das so klein aussah. Ach Mann. Die haben das immer gezeigt. Die haben das zusammengefalten. Zack. Und eine Thermoskarte daneben. Und das war genau gleich groß. Und jetzt habt ihr hier... So einen fetten Sack oder was. Das ist doch viel größer als gedacht. Aber hier ist auch noch Zeug drin. Jetzt habe ich mir hier den ganzen Finger aufgeschnitten. Und den Daumen hier oben noch dazu. Ne, der Daumen nicht. Das ist nur vom Finger. Auf jeden Fall blutet es jetzt hier. Weil ich an dem Karton hängen geblieben bin. Na, die fühlt sich auch wohl. In der Badewanne zusammen. Adi. Adi, Schatz. Alles Gute. Genau. Erstmal ums Bein kümmern. Das ist jetzt also der Schlafsack. Ist auf jeden Fall größer als gedacht. Sieht aus wie eine Boje. Können wir mal hier so aufziehen. Können wir nochmal rausnehmen. Hat auf jeden Fall dickes Material. In Orange, das man auch auffällt. Wenn nachts die Mörder durch den Wald gehen und sehen, da leuchtet was. Komm, den nehmen wir mit. Kann man auch einfach so nehmen. Kann sich umhuggeln, durch die Gegend laufen. Wie bei Baywatch. Sieht doch genial aus. Ist auch von Bessport. 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 Ich habe keine Ahnung. Und da sitzt der Schlafsack drin. Es ist trotzdem viel größer. Wie will ich das beim Rucksack an der Seite in das kleine Fach reinschieben. Also. Vielleicht hätte ich mal nachmessen sollen, wenn da Größen standen, wie groß das im Endeffekt ist. Was machen wir damit, Adi? Wollen wir es zu dir werfen? Ne, dann schlage ich dich noch. Wir tun es mal in die Wanne. Hey. So ist es in der Wanne angekommen. Und das heißt, die Isomatte fehlt. Dann müsste die Isomatte bei einem Nachbarn sein. Ich weiß nicht bei welchen. Steht kein Name da. Werde ich mal alle durchklingeln. Mich mal erkundigen. Und wenn ich eine Isomatte gefunden habe, dann werde ich mal mit den ganzen Sachen rausgehen. Und werde mal das Video, habe ich mir vorgenommen, bevor Natururin kommt und wir draußen wandern und zelten und sonst was. Werde ich einmal schlafen wie Natururin drehen. Um eben auch mit einem Schlafsack und einer Isomatte draußen irgendwo in einer Brücke zu übernachten. Entweder mit Zelt oder ohne Zelt. In seiner letzten Wanderung, die man gesehen hat, hat er auch bei Minusgraden ohne Zelt draußen geschlafen. Aber nur mit Schlafsack. Jetzt wird es eh alles wärmer. Vielleicht braucht man da das Zelt gar nicht. Muss ich mir mal anschauen. Zelt wäre auf jeden Fall ein bisschen am Start. Ich glaube, für das Video werde ich das mit Zelt machen. Und wenn er dann da ist und wir wandern, können wir vielleicht sogar auf das Zelt verzichten, weil es dann noch wärmer ist. Und ich habe dann weniger Gepäck. Das war es also jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramsel. Wie bei Brenton 10.